Der beste Gegenspieler, den du je gehabt hast? Es waren ein paar gute Gegenspieler. Der beste, denke ich, war Gareth Bale. Dazumal war mit dieser Physik normal gut. Der beste Mitspieler? Ich sage jetzt mal... Mario Frick. Der beste Trainer? Ich sage etwas Spezielles, Marco Tanner. Kommunikation, Spieleidee, Trainings. Es hat wirklich von A bis Z einfach alles gepasst. Das schönste Stadion? Der Hampton Park. Das Wettforsche Trikot? Bastian Schweinsteiger. Das schönste Erlebnis? Ich denke, das ist der... Ich glaube auch im Hampton Park kann ich gerade schotteln und spielen vor, was ich auf dem Stadion habe. Und noch das Saisonziel mit dem FC Greifensee? Ich kenne die Mannschaft nur nicht lange. Ich denke, 100 Top 3 ist mein Ziel. Spieleidee. Ich denke, es muss sich das Schmerzen bewegen. Und das ist das Schmerzen. Ich denke, es ist ein Schmerzen. Spieleidee.